Musik angeht, um das vielleicht mehr nochmal so zu verstehen, ja, also irgendwie Musik gemacht hat, Roberto Blanco, der mit seinem Vater schon früh Auftritte gemacht hat, der mit 19 Jahren, ne, und mit Bartoné, mit Josephine Baker gemacht hat, ne, und die traurigste Geschichte, also das gehört aber auch dazu, war Marianne Rosenberg, weil Marianne, ihr Papa, ist in Tore gewesen, und er war in Auschwitz, also er war nie geliebt, und so erzählt sie das erste Mal, und so erzählt sie, die ich anverständlicherweise anrief aus der Kneipe und sagte, die Mutter soll sie da hinbringen, in die Kneipe, naja, sie ist dann da hingefahren, Räuche Fleischer hieß ja, glaube ich, dieser Pianist, so kalt an Projekt, also eine Sache, die ich gemacht habe, wo die mich einfach so berührt hat, diese Wünschen, dass die Leute diesen Podcast hören, und die Geschichten, auch was die ganze Musik angeht, und das vielleicht, äh... und die Geschichten, auch was die Leute diesen Podcast hören, und die Geschichten, auch was die Leute diesen Podcast hören,